Heute wird der Fall einer jungen Frau, einer jungen Mutter verhandelt, die ihre drei Kinder umgebracht haben soll. Sie verteidigen sie. Wie ist die Strategie? Wie war dieser Verhandlungstag? Naja, ich bin der Ansicht, aufgrund der Ergebnisse des Beweisverfahrens, auch des psychiatrischen Gutachtens, dass diese Frau aufgrund einer geistigen Erkrankung nicht in der Lage war, das Unrecht ihrer Daten einzusehen. Dass sie sozusagen aus einer Geisteskrankheit heraus gehandelt hat. Es ist auch so, sie war eine liebende Mutter, auch das hat das Beweisverfahren ergeben. Sie hat am Schluss dann auch Vergiftungsideen gehabt, das heißt, es haben sich hier ein Krankheitsbild verdichtet. Und es liegen hier sehr wohl Anhaltspunkte dafür vor, dass sie nicht zurechnungsfähig war. Bedauerlicherweise hat das Gericht jetzt nur die Frage nach Mord gestellt und hat keine Zusatzfragen gestellt. Solche Zusatzfragen sind aber erforderlich, wenn Geschworene beurteilen wollen, dass eben hier keine Zurechnungsfähigkeit vorliegt. Welche Zusatzfragen wären das? Das ist die Zusatzfrage nach § 11 StGB. Und § 11 StGB lautet, wer aufgrund einer schweren geistigen Erkrankung oder einer sonstigen seelischen Erkrankung nicht in der Lage ist, das Unrecht einer Tat einzusehen oder dieser einsichtgemäß zu handeln, handelt nicht schuldhaft. Das heißt, durch eine solche geistige Erkrankung wird die Schuldfähigkeit aufgehoben. Das heißt aber natürlich nicht, dass solche Leute auf die Gesellschaft losgelassen werden. Also sie wäre natürlich heute nicht enthaftet worden, weil das hat der Gutachter ja schon ausgeführt, bei ihr auch eine gewisse Gefährlichkeit nach wie vor gegeben ist. Aber gerade krankheitsimmanent, gerade weil sie solche Ideen entwickelt hat, geht von ihr eine Gefährlichkeit aus. Das heißt, sie muss natürlich untergebracht werden, aber meines Erachtens zusammengefasst nicht im Gefängnis, sondern in der forensischen Psychiatrie. Welches Urteil erwarten Sie heute und werden Sie Rechtsmittel einlegen? Naja, aufgrund des Umstandes, dass keine Zusatzfragen hinsichtlich der Zurechnungsfähigkeit und der psychischen Erkrankung aufgenommen wurden, befürchte ich hier, dass es nichts anderes geben kann als ein Mordurteil, weil vom äußeren Ablauf her war es ja ein Mord unter Anführungszeichen. Sie hat ihre Kinder getötet und hat gezielt vorsätzlich gehandelt. Aber es geht ja hier um das Innere. Und das Innere ist eben so, dass sie aufgrund einer Erkrankung, einer schweren psychischen Erkrankung so gehandelt hat. Das heißt, es ist zu befürchten, dass das Urteil auf Mord lauten wird, auf dreifachen Mord. Und dass entsprechend auch eine empfindliche Freiheitsstrafe, weil es ist ja doch dreifacher Mord, verhängt werden wird. Ich werde voraussichtlich dagegen schon mit Rechtsmitteln Nichtigkeitsbeschwerde vorgehen.